Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim and Rill. Und heute werden wir mit Lexi die nächsten Spr- äh, die nächsten Spriche, ja, die nächsten Schritte besprechen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Vor allem bin ich ganz gespannt auf unsere Erkundungstour. Wir sind ja bald soweit, soweit ich glaube, falls die Story doch ein bisschen länger ist. Man muss dazu sagen, ich bin ja ziemlicher Skyrim-Spieler. Ich kenne ja, oder beziehungsweise Bethesda-Spiele. Ich weiß ja, dass die Storys von den Open-World-Spielen nicht allzu lang sind. Deswegen ist das so eine Gewöhnung, wo man sich denkt, ha, hm, dürfte ja bald vorbei sein, die Story. Aber es kann gut sein, dass sie da noch ein paar Stunden läuft. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich denke, wir müssen, äh, nach oben, zu den komischen Verrückten. Ja, ja, äh, dafür bräuchte ich ein paar Schilders. Womit ich schnell reisen könnte, das wäre optimal. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Ich war so selten... Was, was geht denn hier ab? Alles in Ordnung? Was? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof, das ist ein Grab und ich kniee davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtet es sich nicht gegen euch. Ich, ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. War das gerade Sarkasmus? Hättest du mich gerade mit Sarkasmus beworfen? Wessen Grab ist das? Wer liegt dort begraben? Wenn du so weitermachst, du. Äh, Magister Gero. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester, sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie... Sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war schaffendem Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. Drei Tage später ist es passiert. Sie ist bei Gero, Gero's Tat umgekommen und ihr gebt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt. Aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Ja, Shit happens, würde ich sagen, ne? Äh, herumjammern holt sie auch nicht zurück. Wenn ihr ihr Andenken ehren wollt, dann helft, ein Heilmittel gegen den Roten Wahnsinn zu finden. Wenn es denn eines gibt... Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Eventualitäten. Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer neuen Quest. Magister Ragon von der Rückkehr der Dovizen berichten. Wir müssen trotzdem da hoch. Oh Mann. Ich wollte es vermeiden. Wo sind die scheiß Schilder? Was machst du da? Schreitet wohl. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Naja, dass der Heilige Orden unter der Führung des Großmeisters irgendein seltsames Stahlgerüst am Auge der Welt aufbaut, habt ihr vermutlich schon gesehen. Nö. Malfas, verzeih meine Worte, aber Arantea scheint einige ungewöhnliche Vorstellungen zu haben. Keine Ahnung, was die meint. Ich hab nirgendwo irgendwas gesehen. Kaserne. Hier muss auch irgendwo dieser scheiß... Schnellreisepunkt sein, ganz ehrlich. Leute, macht keinen Scheiß. Gefängnis. Hier ist ein verdammter Eingang. Hier muss auch ein Schild... Ach Gott, ey. Ich brauche ne Map, wo die Schilder gekennzeichnet sind. Ganz ehrlich. Ich war in dieser... Festungsgelände? Ich war hier noch nie, glaube ich. Deswegen hatten wir doch diese Quest bekommen. Naja, gut, gehen wir zu Kaserne. Vielleicht finden wir da ja einen Schnellreisepunkt. Das wäre göttlich. Ich meine, wieso gibt es nicht einfach die Möglichkeit, von alleine schnell zu reisen? Hier in der Stadt. Oh, jetzt bin ich hier drin. Ach, Mann. Warum quillt mich dieses Spiel so? Kasernviertel. Vom Kasernviertel geht's hoch zum... Weiß nicht, Magister hieß das? Ja, komm, mach. Bin ich schon fast da, weißt du? Dann können wir auch ruhig zu Fuß gehen. Wer bist du? Achso, du bist es. Rena Shalam-Prophetin. Seid gegrüßt. Du bist voll bestürzt, dass sie tot ist. Ich sehe schon. Ich sehe deine Tränen. War ein bisschen auffällig, wie er reingekommen ist, ne? Ich weiß ja nicht. Gott. Ist der ganze Lauferei, ne? Das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe bei Enderal, sind die verdammten Laufwege. Also, quasi die Wege, wo... Man geht ja nur dahin, um zu reden. Ganz ehrlich. Sollen sich neben so einem verdammten Schild aufstellen, weißt du? Kannst du da hin schnell reisen. Was, was? Tür, Tür? Tür, 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 Tür. Tür, 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 Tür... Erst mal Kuchen klauen. Was? Nichts! Ich gucke nur, wer hier alles so wohnt. Wen ich hier beklauen kann. Ja. Ist es wichtig. Hey, das muss der da oben sein. Weiß einer, wo hier die Treppe ist. Hallo. Hallo. Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie ist auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ah, hm. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entblumen. Jetzt entschuldige ich mich. Wir haben eine Menge zu tun. Achso, es war die Quest, sie zu holen. Ja, gut. Okay, das... Epische Quest. Jetzt können wir zu Lexi laufen. Oh, geschafft. Ja, komm, halt's mal. Ah, wenn das nicht die Prophetin ist. Was ist mit euch? Ihr seht beklommen aus. Hm. Lishari ist tot. Ich weiß. Dieser Charim hat es schon erzählt. Ich kannte sie kaum, aber es ist dennoch schrecklich. Erst Funkenschlag und jetzt sie. Sie... Wir müssen den Täter finden und das schnell. Aber damit sage ich euch vermutlich nichts Neues. Malphus sei Dank haben wir kürzlich einen Durchbruch mit dem Leuchtfeuer erlangt. Charim ist doch noch auf dem Weg hierher. Ich habe ihn doch gerade die Treppe gesehen. Auf der Treppe gesehen. Ich... Ich habe ihn überholt. Ihr macht doch gemeinsame Sache. Hat das mit Yuslan erzählt? Wisst ihr jetzt, was mit dem Leuchtfeuer noch fehlt? Zumindest was die Sockel angeht, ja. In den Schriften aus Alto Thulgrad ist von einer schwarzen Glut die Rede, die eine Art Energiequelle für die Maschine darstellen soll. Irgendwelche Anhaltspunkte, was genau diese schwarze Glut sein könnte? Das haben wir uns die letzten Wochen gefragt. Und dann ist es uns wie ein Fell von den Augen gefallen. Die Püräer meinten die schwarzen Perlen. Vermutlich kennt ihr sie nicht. Es sind alte Schmuckstücke, manchmal auch schwarze Steine genannt. Sie tauchten das erste Mal in der goldenen Ära auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kämpfte darum, eine im Besitz zu haben. Angeblich stammten sie aus Thirmatral, dem Herzen Arkvents. Dekadenlang wechselten sie also immer wieder den Besitzer. Mal durch Gold, mal durch Gewalt. Das Ganze nahm erst ein Ende, als den Besitzern ein unangenehmer Nebeneffekt auffiel. Lasst mich raten, die Perlen waren verflucht. Nein, zumindest nicht mit gewöhnlicher Magie. Das ist ja das Seltsame. Dennoch teilten alle Besitzer über kurz oder lang dasselbe Schicksal. Fürstin Katua beispielsweise, die merimesische Gräfin, deren Schloss bis auf die Grundmauer niederbrannte. Laut einem Überlebenden war sie selbst dafür verantwortlich. Man hatte sie in jener Nacht gesehen. Und sie soll hysterisch schreiend und lachend im Thronsaal umhergetanzt sein und Feuerwellen beschworen haben. Obwohl sie bis zu diesem Tage keinerlei magische Begabung hatte. Moment. Hatten wir vielleicht eins dieser Artefakte und deswegen ist unsere Familie verbrannt? Dann haben die Perlen ihren Besitzern magische Kräfte verliehen. Wichtig. Plus, sie zeigten Krankheitsmerkmale wie die Besessenen des Roten Wahnsinns. Eine seltsame Parallele, wenn ihr mich fragt. Findest du? Ich glaube nicht. Allerdings, was passiert, als das bekannt wurde? Tja. Die, die eine Perle besaßen, versuchten sie irgendwie loszuwerden oder in ihren Schatzkammern wegzusperren. Und irgendwann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Erklärt ihr eure Theorie, Erzmagister? Ja, ähm, natürlich. Wir glauben, dass sie Energieträger sind, in denen pure, ungebündelte Magie fließt. Und dass die Hohen sie sich zunutze machen. Zunutze machen? Ihr meint, die Perlen verursachen den Roten Wahnsinn? Ähm, aber diese Vorfälle, von denen ihr sprecht, liegen doch schon Jahrzehnte zurück. Ich dachte, die Hohen erscheinen immer erst kurz vor der Läuterung. Das dachten wir auch. Aber da lagen wir wohl falsch. Vielleicht verlassen die Hohen ja nach der Läuterung, was auch immer sie ist, unsere Sphären überhaupt nicht. Vielleicht sind sie Teil der Welt, wie die Gezeiten oder die Elemente. Und der Tod der Götter gibt ihnen sozusagen das Startwort. Aber warum? Was haben die Hohen davon? Das ist eine Frage, die ich mir, seitdem wir vom Zyklus wissen, stelle. Wer weiß das schon? Vielleicht sehen sie uns gern leiden. Vielleicht sind wir für sie wie Ameisen, die zu töten nicht unethisch ist. Oder vielleicht ist der Fehler, bei den Hohen überhaupt nach so etwas wie Absichten zu suchen. Und ihr denkt, wir benötigen diese Steine, um das Leuchtfeuer zu entzünden? Richtig. Nichts anderes auf der Welt verfügt über so viel unverdünnte Macht. Und deshalb werdet ihr sie finden. Was du nicht sagst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deshalb werdet ihr sie finden. Du wiederholst dich. Aber wenn die Hohen die Steine verpestet haben, ist es dann nicht eine schlechte Idee, sie hierher zu bringen? Nein. Weil wir wissen, womit wir es zu tun haben. Anders als die, die den Steinen zum Opfer fehlen. Stellt sie euch wie ein magisches Schwert vor. Ein Narwein. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig mit ihnen umgehen werden. Was wir brauchen, ist ihre Energie. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die erstmal auf das Leuchtfeuer übertragen haben, sind ihre Hüllen für die Hohen nutzlos. Hm, das heißt, wir müssen diese Steine finden, sonst können wir das Leuchtfeuer nicht entzünden. Korrekt, ja. Die drei Sockel, die das Leuchtfeuer umgeben, das sind Fassungen für Energieträger. Die Quellen, aus denen es seine Kraft bezieht, wenn wir es aktivieren, also entzünden. Ohne die Energie ist es nutzlos. Aber mit ihr kann es die Hohen bannen. Ein für allemal. Verstehe. Und wir sollen, äh, nee. Und wie sollen wir sie aufspüren? So wie ich das beschrieben, so wie ihr das beschrieben habt, äh, sind sie doch auf ganz Wühnen verstreut. Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau drei Fassungen. Und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister. Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert. Und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben. Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. Gut, sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Geht klar, Chef. So, so. Ist das das? Du, Prophetin. Äh, die Trujessa hat die Sache in Kyra erwähnt. Was meinte sie damit? Ich schätze, jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Dank euch tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Und wenn ihr ehrlich zu mir wart, dann werde ich es auch sein. Ist euch die Nacht der 1000 Feuer ein Begriff? Nur vage. Zwischen 8182 und 8190 nach Sternenfall gab es in Kyra eine Untergrundbewegung namens Roter Halbmond. Entstanden aus einem Haufen Denker und Philosophen, die unter all der Freiheit, die der lichtgeborene Saldrin ihnen auf Kyra gewährte, begannen, den Herrschaftsanspruch der goldenen Königin anzufechten. Die Freiheit, die Saldrin ihnen gewährte? Saldrin begriff sich als Gott der Weisheit und des Wissens. Dementsprechend beherrschte er auch sein Land und besser gesagt, ließ es beherrschen. Keine Meinung ist auf Kyra verboten. Und neben den unzähligen Magierzirkeln gibt es auch Dutzende von Schulen und Universitäten, wo den ganzen Tag nichts anderes getan wird, als über den Grund des Seins zu diskutieren. Wow. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber eine scharfsinnige Bevölkerung ist nicht die stabilste. Der rote Halbmond ist der Beweis dafür. Je schlauer die Menschen sind, umso eher werden sie quasi, ja, abtrünnig kann man jetzt nicht sagen, ne? So eher haben sie etwas gegen das System. So kann man das sagen. Vielleicht ist das auch der Grund für Spongebob, für RTL, für, was weiß ich, die ganze andere Scheiße. Sie wollen die Menschheit verdummen, damit sie sich nicht auflehnen. Das klingt sogar logisch, oder? Meine Fresse. Sie revoltieren gegen die Götter, wie euer Sohn. Ja, wie mein Sohn. Aber sie taten es wie die Feiglinge. Mit toten Kristallen in den Konferenzen des Rats und mit Morden. Zwar gelang es ihnen nie, die goldene Königin selbst zu ermorden, aber ihr gelang es auch nie, sie unschädlich zu machen. Deshalb wurden wir sieben Jahre später einberufen. Eine Division des Götterordens, angeführt von mir, einem jungen Feldherr. Noch keine 30 Winter alt. Sie haben euch einberufen? Hatte der Orden der Götter keinen Stützpunkt auf Kyra? Keine ernstzunehmenden. Nicht überall war der Götterorden so stark wie auf Enderal oder auch auf Nerim. In Kyra wurden wir verspottet. Ich habe den Haufen Hüter im Palast der Goldenen Königin gesehen. Sie waren lachhaft. Ein Haufen verfressener Bürokraten, die sich lieber den Gelagen am Hof als dem Willen der Götter widmeten. Also solltet ihr das tun, worin die kyranischen Hüter versagten. Was ist passiert? Einen Mond nach unserer Ankunft begannen wir anonymen Hinweisen über ein angebliches Nest des Roten Halbmonds zu folgen. Ein Stützpunkt in einem kleinen Küstendorf. Als wir in das Dorf einmarschierten, erwarteten uns die Ältesten vor dem Ratshaus. Die Dorfbewohner hatten sich hinter ihnen verschanzt, ein Pulk aus Menschen, und starrten uns Angst und Hass erfüllt an, als wären wir Raubritter. Ich hätte dann schon merken sollen, dass etwas an der Sache faul war. Ihr meint, die Dorfbewohner fürchteten euch? Wieso? Ihr kam doch im Auftrag der Königin. Stimmt. Aber der Rote Halbmond hatte Wort gesät, dass wir allesamt nichts als fanatische Schlechter wären, die jeden, der die Offenbarung der Lichtgeborenen nicht Wort für Wort rezitieren könnte, mit dem Tod bestrafen. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Also war das Ganze ein Hinterhalt. Das wollten sie uns glauben lassen. Und sie taten es gut. Eine vermummte Gestalt hier, ein Bogenschütze auf den Dächern dort. Ich bekam es mit der Angst zu tun, denn mehr als drei Viertel von uns waren eingekesselt. Als dann ein Mann aus der Menge hervorgesprungen kam, gab ich den Befehl. Es war genau der Funke, den es gebraucht hat. Es kam zum Gefecht. Es war ein abgekatertes Spiel. Irgendwer wollte, dass sie einen Massaker anrichten. Ja. Es war ein Massaker. Die Dorfbewohner hatten Mistgabeln und Hirtenstöcke und wir hatten Schattenstahlschwerter. Schon nach den ersten Sekunden merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Aber es ließ sich nicht mehr stoppen. Am Ende des Tages gab es 300 Tote. Zehn davon waren Hüter. Ist es eine Anspielung auf 300? Aber konntet ihr denn keinen Befehl geben, irgendwas um den Kampf zu stoppen? Wart ihr jemals in einer großen Schlacht? Selbst wenn wir aufgehört hätten, die Dorfler waren blind vor Angst und Wut. Es war aussichtslos. Aber wozu dann das Ganze? Ihr sagtet, sie wollten euch das glauben lassen. Heißt das, der rote Halbmond hat diese Auseinandersetzung provoziert? Ja, natürlich haben sie die provoziert. Ach, das Dorf, wo wir waren. Stimmt. Ach du Scheiße. Ihr seid in Panik geraten, wie jeder andere es auch getan hätte. Das wird mir in dieser Schlacht nicht mehr passieren. Ja gut. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Warten, bis er die Dokumente vor... Ach, komm ey, ganz ehrlich. So. Ich habe jetzt gerade sein Bett genommen. Schlafen gegangen. Damit der Penner mir endlich meine Mission geben kann. Ja. Habt ihr eure Arbeiten auswerten können? Ah, richtig. Die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Geht klar, tschüss. Teil von etwas Bedeutsamen. Teil 4. Die schwarzen Steine laut Lexis Aufzeichnung finden. Okay. Habe ich jetzt ganz viele Quests bekommen? Ne. Eine war nur beendet. Ukkili-dokkili. Äh. Achso, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss die Aufzeichnung lesen. WTF? Beteiligungsschreiben. Diese Beteiligung an der Ackerbrauerei kann in einer Bank hin... Achso, das war das. Was steht da? Ihr erhaltet eine tägliche Gewinnausschüttung von 6 Groschen. Ach du Scheiße, das ist wenig. Das ist extrem wenig. Die schwarzen Steine. Eine Abhandlung von... Der hat jetzt extra ein Buch geschrieben. Ist das dein Ernst? Verfasst von Lexil Maril. Ernstmagister des Heiligen Ordens. Auf den folgenden Seiten erläutert Lexil die Herkunft und den Mythos der schwarzen Steine sowie verschiedene Spekulationen über sie. Ihr seht, dass sich insgesamt drei Lesemerkmale in den Folianten befinden. Okay. Erste Lesemarke. So bleibt auch die Frage offen, ob die Zerwürfnisse im Geschlecht der Dalgeos nicht letzten Endes auch den schwarzen Stein zuzuschreiben sind. Sicher ist jedoch, dass Giro Dalgeos, dessen Faszination für seltene Mineralien allgemein bekannt war, den Stein bei einem fahrenden Händler aus Kyra zu einem Spottpreis erstand. Vermutlich ohne zu wissen, worum es sich dabei in Wirklichkeit handelte. Des Weiteren weiß man, dass Giros Nachfahre Ketaron Delgeos, den das Geschäft seines Adelgeschlechts zu einem der mächtigen Männern Enderels gemacht hat. Trotz seiner offenkundigen Missanthrofischen Charakterzüge eine gewisse Liebe zur Tradition hegt und er deshalb die Steinsammlung seines Vaters hütet, wie seinen Augapfel. Falls man also Vermutungen über den Verbleib, der sich auf Enderill befindet, in schwarzen Steine anstellt, ist man am besten beraten, eine Audienz bei Dalgeos selbst zu ersuchen. Aber wo lebt der Typ? Okay, gehen wir erstmal zum zweiten Merkmal. Befindet sich noch heute einer der schwarzen Steine im Besitz der indirelischen Adelsfamilie Dalwarek, die jedoch zum heutigen Tage bis auf zwei Sprösslinge ausgelöscht ist. Wo sich der schwarze Stein derzeit befindet, ist fraglich genauso, wie es fraglich ist, ob die Dalwareks überhaupt von der Natur des Relikts wussten. Ein Ansatzpunkt wäre das Anwesen der Familie, obgleich dies bei dem tragischen Unfall vor nur drei Dekaden vollkommen abgebrannt ist. Ist das meine Familie, Dalwarek? Das kommt mir so bekannt vor. Okay, drittes Merkmal. So weiß man zwar, dass auch der Orden der Apothekari sich einst im Besitz eines Steines befunden hat, aber man sucht vergeblich nach näheren Hinweisen. Die Apothekari behaupten beharrlich, es sei abhandengekommen. Doch was davon zu halten ist, ist natürlich fraglich. Hä? Achso, ein Lied an der Stelle. Ah, ich dachte schon, ich musste jetzt selber suchen. Den schwarzen Stein der Dalgeos finden. Okay. Gut, Freunde, wir begeben uns morgen dahin. Verdammt. Ich habe keine Questmarkierung. Ohne Dach habe ich. Dalwarek. Jasper. Ja, seid ihr fündig geworden? Jasper Dalwarek. Oh. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Morgen wird es spannend. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Warum kam mir das so bekannt vor? about Hai. Ja, wenn ich vors delivered.